Zahnkronen sind K-1 Viertel in estliche Zahnähe, die auf beschadigten oder abgenutzten Zahnähenen platziert werden, um deren Funktionalität T und A-Asthetik wiederherzustellen. Sie kann in aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Metall oder Kunststoff hergestellt werden und sind eine beliebte Lassung F-1 Viertel-R-Personen mit stark beschadigten Zahnähenen. Doch wie pflegt man Zahnkronen richtig, um ihre Lebensdauer zu wählernähern und Probleme zu vermeiden? 1. Regelma-eige Mundhygiene Eine gute Mundhygiene ist entscheidend F-1 Viertel-R-Die Pflege von Zahnkronen. Es ist wichtig, die Zahnkronen genauso wie nata-einviertelriche Z-A-Ni zu pflegen, indem man sie zweimal taglich G-A-1 Viertel endlich reinigt. Verwenden Sie eine weiche Zahnbar-einviertel-R-S-T-E und fluorithaltige Zahnpasta, um Plagg und Bakterien zu entfernen. Aua-Jerdem sollten Sie regelma-eig Zahnseide verwenden, um auch die Zwischenraum-E-G-A-1 Viertel endlich zu reinigen. 2. Vermeiden von harten Substanzen Zahnkronen sind zwar robust, aber dennoch anfallig F-A-1 Viertel-R-Beschadigungen durch harte Substanzen. Vermeiden Sie daher das Kauen von harten Lebensmitteln wie Eis, harten A-1 Viertel-S-N oder harten Bonbons, da dies zu Rissen oder Absplitterungen F-A-1 Viertel rennen kann. Wenn Sie auf harte Lebensmittel nicht verzichten matcht, denn kann Ihnen Sie dara 1 Viertel-R nachdenken, einen speziellen Schutz F-A-1 Viertel-R- Ihre Zahnkronen zu verwenden. 3. Regelma-eige Zahnarztbesuche Regelma-eige Besuche beim Zahnarzt sind unerlasslich, um die Lebensdauer Ihrer Zahnkronen zu berlinieren. Der Zahnarzt kann Probleme F-A-1 Viertel-Seitig erkennen und behandeln, bevor Sie zu G-A-A-Eiren-Problemen F-A-1 Viertel rennen. Auer-Jerdem kann der Zahnarzt die Zahnkronen professionell reinigen und pflegen, um Ihre Arztetik und Funktionalität zu erhalten. 4. Mundschutz beim Sport Wenn Sie Regelma-eige Sport treiben, besonders Kontaktsportarten, ist es wichtig, einen Mundschutz zu tragen, um Ihre Zahnkronen vor Verletzungen zu schar 1 Viertel sehen. Ein Mundschutz kann dazu beitragen, Schlage- oder Starei abzufangen und somit Beschadigungen an den Zahnkronen zu verhindern. 5. Vorsicht bei zahnverrennten Substanzen Bestimmte Substanzen wie Kaffee, Tee, Rotwein oder Zigarettenrauch kann Ihnen Wärfarbungen auf den Zahnkronen verursachen. Um Wärfarbungen zu vermeiden, sollten Sie den Konsum dieser Substanzen auf ein Minimum reduzieren oder nach dem Verzehr G-A-1 Viertel endlich den Mund ausspar 1 Viertel L-E-N. Wenn Wärfarbungen auftreten, kann Ihnen Sie auch eine professionelle Zahnreinigung in Betracht ziehen, um die Zahnkronen aufzuhellen. Zusammenfassend ist die Pflege von Zahnkronen entscheidend, um Ihre Lebensdauer zu wählernähern und Probleme zu vermeiden. Mit einer regelma-eigen Mundhygiene, dem Vermeiden von harten Substanzen, regelma-eigen Zahnarztbesuchen, dem Tragen eines Mundschutzes beim Sport und der Vorsicht bei zahnverrennten Substanzen kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnkronen lange Zeit scharren und funktionsfähig bleiben. Wenn Sie weitere Fragen zur Pflege von Zahnkronen haben, sollten Sie sich an Ihren Zahnarzt wenden, der Ihnen gerne weitere Tipps und Ratschlage geben wird.